Das sieht irgendwie interessant aus. Ein Army of Bugs have invaded. Show me what... Blablabla. Okay, wir müssen für Freiheit kämpfen. Und fürs Pilzkönigreich. Ja, aber wer weiß. Der ist wahrscheinlich klein. Der hat irgendeinen Nachteil. Wette ich meinen Hintern drauf. Ach, scheiße, da muss ich ja Spinny machen. Spinny Popinny. Aber wie heißt... Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie dieses Handy vom iPhone heißt. Das ist so eine Serie. Das ist quasi immer so ein altes Modell. Aber in... Ja. Gut halt. Für mich zumindest ausreichend. Tobi wüsste das, wenn die hier wäre. Und jetzt? Achso, ich kann hier unten lang. Okay. Ich checke nicht so ganz, was ich machen muss. Achso, okay. Dann auf das Rote. Ja, okay. Cool gebaut. Das Level. Da hat sich jemand Mühe gegeben. Und hat schon... Bisschen Hirnschmalz reingesetzt in das Level. Nicht so ein hingerotster Scheiß. Finde ich gut. Ja, es gibt bei 4K aber auch Unterschiede. Aber naja. Ich habe einen 4K-Fernseher im Wohnzimmer. Wahrscheinlich wird es bald so sein, dass ich dann nur noch auf dem Rechner-Monitor zocke. Ich weiß gar nicht. Der hat, glaube ich, nicht 4K, aber... Ach, da kann ich jetzt ja das immer fragen. Es gibt doch bestimmt 4K-Bürofernseher auch schon, oder? Also Büro, ähm... Du weißt schon, Bildschirme. Aber die lohnen sich garantiert nicht. Aber ich bin sowieso... Keine Ahnung. Wie viele Triple-A-Titel spiele ich noch im Jahr? Viele sind es nicht. Zudem ist mein Augenlicht eh scheiße. Also... Ja. Von daher warten wir mal ab. Zudem zu dieser ganzen Diskussion, dass sich die Xbox Series X und die PS5 eigentlich nicht so... Also klar, lohnt sich halt, weil es Exklusiv-Titel gibt, aber technisch meine ich. Weil diese ganzen Engpass von der PS5, das wird ja auch voll viele Produktionen zurückhalten, weil die Leute dann denken, okay... Dann entwickle ich halt auch für PS4, wenn noch keine Leute in der PS5 haben. Und logischerweise wird das Spiel dann nicht so gute Grafik haben und... Also nicht nur Grafik, also vom technischen, wenn es halt auch noch für die PS4 und die PS5 entwickelt wird. Da hat Nintendo glücklicherweise schon echt Glück, dass sie wirklich so eine... Sich außerhalb dieses Zykluses da positioniert haben und nicht so abhängig von der Grafik sind. Der fällt runter, ne? Ja. Da ist ein Regenbogen. So, tschüss. Okay, das ist eklig. Äh, wo soll ich hin? Ach, fuck. Ah. Da hätte ich direkt nach rechts gemusst. Ja, manchmal sieht man es bei den Leveln, finde ich, nicht so direkt, wo man hin muss. Aber das ist halt... Bei Mario-Leveln, so ist hier was drin, ey. Ich hab doch... Achso, ich bin nach rechts oben gesprungen, deswegen bin ich jetzt leider verstorben. Das ist sehr tragisch. Tragisch. Popagisch. Jetzt. Achso, hier ist Spinny. Ich hoffe, die gehen nicht hoch. Tipp, 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 tipp. Ähm. Okay, es funktioniert doch. Komme ich da hoch? Scheiße. Ja, aber doch, das Level ist schon cool. Ich muss ein bisschen schneller spielen. Checkpoint gab's ja, ne? Ja. Ne, aber wenn man sich hier wirklich bewusst Level sucht, die einem Schwierigkeitsgrad passen, der einem so gefällt, dann kann man hier echt noch Spaß haben in dem Spiel, ne? Also klar, es ist jetzt nicht mehr so viel von den Viewern und die Community ist nicht mehr so groß. Weil wahrscheinlich alle jetzt zu Lunamagic gewechselt sind. Aber. Man muss einfach mal hier sagen, so. Ich will schwierige Level, Nintendo, gib dem Jungen. Und jetzt? Hä? Achso, dann muss ich höchstwahrscheinlich in die Röhre, weil da dann das Schlüsselloch ist, Fragezeichen? Ah, fuck. Einmal konzentrieren, Junge. So schwierig ist das nicht. Das ist wirklich nicht schwierig. Hä? Aber so ähnlich muss das funktionieren. Du musst schneller sein, Barry. Du musst einfach schneller sein. Du bist zu langsam. Yes, I know, I try. I try, I try. Nein. Irgendwann, wenn man solche Sachen dann so ein paar Mal gemacht hat, dann wird man so nachlässig, ne? Und dann kommt der Schluder rein. So wie hier jetzt auch. Dann denkt man sich, ah, ja, wenn ich 4% gebe, reicht es, über diese Manscher rüber zu springen. Aber nein, du musst immer 100% geben, jetzt hier gerade bei diesem tollen Sprung. I try, I try. But I'm not too good for it yet. I must try harder. Aber kriegen wir gleich hin. Außer ich stelle mich gleich noch döver an, aber das ist auch nicht ganz auszuschließen. Okay, so. Ja, ist schon okay vom Schwierigkeitsgrad. Boah, ich hab so Angst jetzt zu sterben. Wow, Münzen. Wow, Münzen. Party. Und Leben. So mag ich mein Mario. Anspruchsvoll, aber nicht todesanspruchsvoll. Und keine Trolls und kein Rätsel und keine Japaner. Wollen wir das mal machen? Nee. Nein, äh. Ja, wir können jetzt